Ich zeige euch heute, was man alles für 4 Euro auf diesem thailändischen Markt bekommt. Ich muss nämlich meine Wocheneinkäufe machen. Und ihr kommt mit. Hauptsächlich brauchen wir Obst und Gemüse. Darum nehmen wir hier diese Mango mit. Die kostet 60 Cent. Dann nehmen wir hier die Bananen. Die kosten 80 Cent. Und dann nehmen wir hier noch diese gelbe Wassermelone mit, Freunde. Und die kostet 1 Euro. Ah, mein Beleih war vielleicht. Okay, boitier. Okay, bye-bye. Als letztes holen wir uns ein paar Trauben und diese komische Äpfel. An die Äpfel? Ah, okay. Und das kostet uns 1,50 Euro. Kurzer Taste-Test. Es ist yummy. Es ist irgendwie so eine Mischung aus Birne und Apfel. Aber ganz weit. Und als letztes holen wir uns jetzt noch mal ein Mittagessen. Dieses ganze Obst und Gemüse reicht uns jetzt für eine ganze Woche.